Herzlich willkommen zu Heimkino-Konzept, dem Podcast rund um die Themen Heimkino, Akustik von der Planung bis zur Umsetzung und alles, was die Entertainment-Welt derzeit bewegt. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer beim Heimkino-Konzept-Podcast. Ich bin der Nils von FM Audio und mit mir heute dabei ist der... Bert von Heimkino-Praxis. Hallöchen. Sehr schön. Bert ist unser Heimkino-Planungsexperte und in der letzten Folge, in der Folge Nummer 4, haben wir mit Dominik das Thema besprochen, TV versus Projektoren, wo denn die Vor- und Nachteile liegen. Und in der heutigen Folge tun wir die Heimkino-Planung ansprechen. Das ist ja so einer unserer drei großen Säulen. Säule Nummer 1 ist die Heimkino-Planung, Säule Nummer 2 Heimkinotechnik und Säule Nummer 3 ist das Einmessen und das Abrunden eines Heimkinos. Und wenn alle diese drei Komponenten gut zusammenspielen, dann habt ihr ein gutes Heimkino. Und ja, Bert, fangen wir doch gleich mal an. Was ist denn aus deiner Sicht bei der Planung am wichtigsten? Das ist die beste Frage überhaupt. Am wichtigsten ist, dass man überhaupt plant. Meiner Meinung nach, ja, weil das ist eigentlich die wichtigste Sache überhaupt. Man muss immer irgendwo einen Plan haben. Alles funktioniert letztendlich immer nur dann richtig gut, wenn man es vorher geplant hat, weil man einfach so viele Fehler dann nicht macht. Und deshalb Hauptsache planen. Das ist gar nicht mal so wichtig aus meiner Sicht, wie man plant oder mit welchem Tool oder ob man das mit Stift und Papier macht, ja, geht auch. Ist gar kein Problem. Hauptsache man plant es und man macht sich vorher Gedanken. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt. Einfach mal anfangen führt normalerweise immer zu einem Halbgarnergebnis. Das hat sich einfach schon ganz oft gezeigt. Ich glaube, das wirst du wahrscheinlich auch schon hin und wieder mal gesehen haben. So Projekte, wo halt nicht wirklich geplant wurde und dann, man sieht es ihnen halt schon irgendwie an. Definitiv. Also wenn du hinten raus immer mehr retten musst, als wenn man es gleich richtig geplant hätte, das ist halt immer ein bisschen traurig. Und das Thema hat man auch mit Fabio kurz angesprochen, weil Fabio hat nämlich gleich direkt drauf losgeplant und ist hinterher natürlich schlauer gewesen. Und deswegen können wir nur raten, nehmt euch genug Zeit für die Planung. Ihr werdet hinten raus immer Zeit sparen, Nerven und Geld. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich finde, wir können da auch komplett an diese Folge 3 anknüpfen. Ich habe sie jetzt auch erst vor ein paar Tagen gehört. und das hat mir komplett aus der Seele gesprochen, was ich da schon gesagt habe von daher. Und ja, man muss ja wirklich so sehen, am Ende ist es so, jeder, der irgendwas professionell macht, jeder Profi, folgt immer einem Plan. Ja, das kannst du gucken, wo du willst. Das ist ein Pilot, folgt einem Flugplan. Der sagt auch nicht einfach, komm, scheiß drauf, lass uns die Kiste einfach in die Luft bringen. Dann kommst du halt sonst wohin damit. Ja, deswegen gibt es einen Flugplan. Ja, oder wenn ein Wolkenkratzer gebaut wird, dann ist da eine jahrelange Planung, die da davor steht. Ja, häufig viel länger als die eigentliche Umsetzungszeit. Und es ist einfach eine verdammt gute Idee, dass man das so macht. Weil wenn das Ding am Ende einmal steht, dann kannst du halt nicht sagen, oh, ein bisschen krumm geworden, habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Komm, lass nochmal abbauen und nochmal anders wieder neu aufbauen. Ja, das geht halt einfach nicht so wirklich. Und im Heimkino ist es nicht anders. Es ist eine ganz ähnliche Situation, nur eben viel, viel kleiner logischerweise. Da geht es halt nicht um Millionen oder Milliarden an Kosten, sondern da sind halt ein paar Nullen weniger dran. Aber es ist trotzdem immer noch die gleiche Sache, weil wenn irgendwas schief geht und wenn man irgendwas wieder in die Tonne kloppen kann von dem, was man schon gemacht hat, weil es eben falsch war, dann tut es einem halt selbst weh. Zum einen die Zeit, die man dabei verloren hat und wo man halt länger warten muss, bis dann das Kino in Betrieb gehen kann. Und natürlich auch das im Geldbeutel tut es auch weh unter Umständen. Wenn man halt irgendwie schon 100 Meter Holz gekauft hat und dann auf einmal merkt, verdammt, brauche ich gar nicht oder muss ich anders machen oder war das Falsche oder so. Genau. Also es sind ja keine Steuergelder, die hier verschwendet werden, sondern es ist ja wirklich das eigene Portemonnaie, was danach anfängt zu brennen oder zu bluten. Ganz klar. Und von der Zeit her, für so eine Planung sollte man auch gucken, dass sich das irgendwie so die Waage hält, dass man sehr viel Zeit in die Planung investiert, weil das ist wirklich das, was ihr nachher gesagt habt, hinten raus die Zeit spart und auch die Nerven. Dass man mal so einen Vergleich hat. Ich habe es auch schon mal angedeutet. Ich habe für die Planung neun Monate aufgewendet. Also es geht sicherlich schneller. Das ist kein Thema, aber es ist ja auch so ein bisschen ein iterativer Prozess gewesen. Du musst gewisse Dinge abwägen und wenn du eine Sache änderst, änderst du automatisch auch andere Sachen mit, weil es gibt gewisse Abhängigkeiten und Verknüpfungen. Du kannst jetzt nicht den Beamer einfach größer machen zum Beispiel und dann kann der Lautsprecher noch an der gleichen Stelle stehen. Ich will jetzt mal als einfaches Beispiel. Es gibt halt gewisse Abhängigkeiten und das muss jeder für sich selber wissen, was eigentlich ihm am wichtigsten ist. Und erst dann kannst du eigentlich anfangen, jetzt wirklich dann zu dem Profi zu gehen oder so, dass du dir erstmal ein Grundkonzept im Kopf überlegst. Ja, was will ich denn eigentlich erreichen? Ich gehe ja nicht los und ich bin ja immer der Typ, ich bringe ja die Autoanalogien. Du gehst ja nicht ins Autohaus und sagst so, ja, das will ich haben. Das Auto will ich haben, ohne dir Gedanken gemacht zu haben. Ich gehe ja nicht in ein x-beliebiges Autohaus. Ich überlege ja vorher schon, brauche ich ein neues Auto? Was soll die Reichweite sein? Brauche ich einen großen Kofferraum und so weiter und so weiter. So ist es ja beim Heimkino auch. Es gibt gewisse Faktoren, die sollen nachher stehen. Was mache ich mit dem Raum oder habe ich den Raum zur Verfügung? Wie kann ich den möglichst gut nutzen? Und dann ist die Zeit, jemanden vielleicht anzurufen oder Kontakt aufzunehmen, um dann weitere Hilfe zu bekommen vor allem. Ich glaube, das Wichtigste... Vor diesen ganzen kleinen Fehlerchen, die man dabei machen kann. Genau, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, diese Fehler zu vermeiden aufgrund von jemand, der Erfahrung damit hat oder vielleicht diese Fehler schon mal selber gemacht hat. Erst dann kannst du ja wirklich drüber reden, ob das gut wird oder nicht gut oder abschätzen, ob es gut wird oder nicht. Genau. Ich glaube, bei dir war das auch extrem krass mit den neun Monaten Planung. Also du bist ja im wahrsten Sinne des Wortes mit deinem Heimkino schwanger gelaufen. So sagen. Das ist, glaube ich, aber auch bei den wenigsten wirklich so extrem, dass es also neun Monate, das habe ich ganz selten gehabt bisher in Projekten. Bei den meisten findet das Ganze irgendwo so im Laufe von zwei bis vier Monaten irgendwo statt, die Planung. Und dann die Umsetzung. Das ist so meine Empfehlung, um irgendwo eine grobe Daumenregel zu haben und um schnell zu merken, ob da vielleicht was schiefläuft, ist einfach, dass die Planungszeit ungefähr gleich lang sein sollte wie die Umsetzungszeit später. Und das haut komischerweise ganz oft hin. Also wir haben schon Projekte gemacht, die waren nach zwei Monaten fertig. Das war wirklich ein Monat Planung, ein Monat Umsetzung. Weil einfach da jemand war, der hatte die Zeit dafür und der konnte das wahnsinnig schnell durchziehen. Und wir haben aber genauso Projekte, da wird ein Jahr geplant und ein Jahr umgesetzt. Weil es einfach Lücken gibt dazwischen. Ja, weil immer wieder mal keine Zeit dafür ist und weil man es mal zurückstellen muss oder so. Ist auch völlig okay. Ist ja irgendwo immer noch ein Hobby und hier nicht irgendwie eine Sportart. Aber es sollte sich in etwa die Waage halten. Das finde ich wichtig, das so ein bisschen zu berücksichtigen. Kann ich so auch unterstützen. Also ich habe ja neun Monate geplant und acht Monate umgesetzt. Und ich habe auch keine Pause dazwischen gemacht. Nicht, dass da irgendwie ein falscher Eindruck vermittelt wird. Ich habe jeden Tag mindestens zwei bis drei Stunden mich mit der Thematik beschäftigt. Das heißt recherchiert. Oft musst du dir ja die Information erstmal holen, das ordnen, sortieren, also einfach filtern. Und das ist auch immer ein Punkt, was du gerne ansprichst. Es macht keinen Sinn, zehn Leute zu fragen. Du wirst zehn unterschiedliche Antworten bekommen. Deswegen irgendwann musst du den Punkt haben, dass du jemandem vertraust und dann sagst, ja, mit dem will ich das machen. Und dann muss ich aber Sachen auch ausblenden und sagen, hey, ich gucke nicht mehr nach links und nach rechts oder nicht mehr groß nach links und rechts, sondern ich verlasse mich jetzt auf die Meinung, weil dieser Mensch hat Erfahrung damit und da habe ich ein gutes Gefühl. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber du wirst höre. Das ist genau das Ding. Da können wir nachher auch nochmal vielleicht darauf zurückkommen, wie wir das Ganze so letztendlich lösen. Aber das, was wir halt machen bei Heimkino Praxis ist, dass wir den Leuten die Unsicherheit wegnehmen. Das ist eigentlich der größte Punkt überhaupt bei so einem Heimkino. Du hast wahnsinnig viele Sachen gehört, hast schon wahnsinnig viel Wissen irgendwo aufgesaugt, aber du bist dir die ganze Zeit nicht sicher, ob das auch wirklich richtig ist. Weil du ja die Quellen nicht wirklich überprüfen kannst. Du kannst ja nicht alles irgendwo hinterfragen. Also du kannst es schon hinterfragen, aber du bist dadurch ja nicht irgendwie schlauer, weil du am Ende nicht weißt, ist das jetzt hier die richtige Antwort oder ist eine andere Antwort die richtige? Und das zu filtern und zu sortieren und das Richtige vom Falschen zu trennen, das ist eigentlich die Kunst dabei und das ist das, was letztendlich auch die Zeit einfach kostet. Das ist wahrscheinlich auch, wie du auf die neun Monate irgendwann gekommen bist. Ja klar, vor allem, wenn du zwei Antworten bekommst, können ja beide richtig sein in der jeweiligen Konstellation. Genau, unter gewissen Bedingungen. Genau, du musst dir erstmal überlegen, könnte das bei mir passen oder passt das auf meine Situation? Und ja, das wird unglaublich schwierig. Also du kannst natürlich das auch selber machen und dann Jahre mit deiner Zeit irgendwie verbringen und das rauszufiltern und Fehler machen. Das machen manche so, ja, das ist so. Die kaufen immer neue Technik. Die bauen wieder was um und merken dann, ah, okay, das war ein Schritt zurück. Ich gehe wieder auf den alten Stand. Kann man machen, klar. Aber, weiß ich nicht, ist jetzt nicht meine Herangehensweise so im Leben. Das ist ja genau dann auch der Punkt, wo man sich überlegen muss, wohin führt das Ganze? Wenn man das planlos macht, wenn man einfach mal drauf losbaut, das wird immer zu gewissen Sachen führen. Du wirst definitiv Fehler machen dabei. Weil selbst wenn ein Projekt perfekt durchgeplant ist und alles gemacht ist, es kommt immer noch irgendeine kleine Sache da rein, irgendwas, was man nicht erwartet hat, wo man dann doch noch spontan darauf reagieren muss. Da geht es einfach darum, das so gut wie möglich zu reduzieren auf das Nötigste, was halt sein muss und dafür einfach gut geplant zu haben, um diese Fehler zu vermeiden, um diese großen Totalausfälle, wo man irgendwie sagt, ich habe jetzt schon mal den Beamer gekauft hier und dann stellt man auf einmal fest, verdammt, ich kriege ja meine Bildgröße gar nicht hin. Das ist genau das. Hätte man da einfach besser geplant, länger geplant, dann hätte man diesen Beamer noch nicht gekauft, hätte sich in Ruhe für ein anderes Modell vielleicht entscheiden können, wo alles ohne Probleme funktioniert und hätte sich einfach diese Kosten gespart, also gewissermaßen zum einen diesen Verlust durch den Kauf und dann wieder gebraucht Verkauf des Beamers oder die Rückgabe oder was auch immer, wenn es noch möglich war und den Wertverlust, der damit verbunden ist und natürlich auch die Zeit, die man da aufwendet ist. Jeder, der mal versucht hat, irgendwas gebraucht zu verkaufen und noch einen guten Preis dafür zu bekommen, der weiß, dass das unter Umständen mal eine Weile dauern kann und dass man da ein verdammt gutes Verkaufsangebot schreiben muss, was auch die Leute wirklich abholt und nicht irgendwie das so rüberkommt, als wäre das irgendwie so ein Ramschgerät. Das ist nur ein Beispiel. Ja, das ist ganz gut. Also Fehler machen wirst du so oder so noch, auch mit einer Planung, aber du möchtest möglichst den Rahmen gering halten. Also Fehler, Heimkino ist sehr komplex, da können sehr viele Dinge auftreten, damit hast du vorher gar nicht gerechnet. Das sieht man immer wieder im Alltag. So Kleinigkeit, wo dich dann nachher aufregen und Zeit kosten, aber da musst du dann durch, aber du lernst auch damit. Aber wie du sagst, die großen Fehler, die viel Geld und Zeit kosten, die sollte man tunlichst vermeiden. Genau. Und Geld ist genau das nächste Stichwort. Das ist einfach, du wirst ohne Plan, wirst du immer Geld für Dinge ausgeben, die dann halt doch nicht so funktionieren. Ich kann da wirklich komplett aus Erfahrung sprechen, weil ich habe genau auch diesen Fehler am Anfang gemacht. Da hieß es halt immer, ja, du musst da irgendwie was mit Absorbern in den Ecken und so, wegen dem Bass. Ja, und was machst du dann halt? Rennst halt los und holst dir diese Basotec-Dreiecks-Dinger, ja, diese klassischen Bassfallen, früher sagt man ja noch Kantenabsorber. Holst du dir das Zeug, stellst du dir die Raumecken damit voll, gibst da irgendwie einen dreistelligen Betrag dafür aus, was schon ein bisschen wehtun kann, wenn dein Kinobudget noch nicht so wahnsinnig groß ist. Und dann stellst du irgendwann plötzlich fest, irgendeine Information von irgendwo her, wo das Zeug ist gar nicht geeignet für Wasserabsorption. Bumm. Ja, und dann stehst du da und weißt genau, okay, du hast jetzt halt hier einfach Mist gebaut. Und was passiert letztendlich? Entweder du lebst dann mit dem Ergebnis so, wie es ist, oder du investierst halt nochmal Geld und oder Zeit, um das dann doch noch irgendwie hinzubiegen. So, und das ist halt einfach, damit hast du gewissermaßen Geld verschwendet an der Stelle. Das passiert einfach, wenn man nicht plant. Wenn das ja gleich das ordentliche oder das richtige Material auswählen können, wenn es dir jemand gesagt hätte. Ist natürlich schwierig, klar. Es gibt immer wieder Empfehlungen und es kommt aufs Budget drauf an. Ich jetzt, oder ja, als Gewerbetreibender in dem Bereich darf man ja nicht sagen, dass man hier Mineralwolle verarbeiten soll. Das ist aus gesundheitlichen Gründen fast ein No-Go. In deinem Privathaus oder Raum kannst du das natürlich machen, wie du möchtest. Wir empfehlen mittlerweile eigentlich fast immer Caruso-Isobond oder wir haben auch jetzt ein eigenes Material, was wir verarbeiten in den Kinos, aber ja, es sagt dir keiner, du gehst in, oder es sagen viele, so muss man sagen, geh in den Baumarkt und hol dir irgendwie ein Dämmmaterial. Dann machst du das, das ist relativ günstig, aber wenn du es mal wieder loskriegen willst, weil du zum Beispiel allergisch drauf bist oder was auch immer oder willst es loswerden, dann ist es Sondermüll. Genau. Und dann wird es richtig teuer. Das sagt dir aber vorher keiner. Das ist genau das Ding, ja. Irgendwo muss das Zeug halt irgendwann, selbst wenn du jetzt nicht allergisch bist oder was auch immer, kommt ja irgendwann der Tag, wo vielleicht ist dein Gehör einfach nicht mehr so gut und die Augen sind auch nicht mehr so toll und du sagst irgendwo, ja gut, die Zeiten von Heimkino sind für mich vorbei. Ja, ich nutze es kaum noch, weil ich sowieso das irgendwie alles nicht mehr so richtig sehen kann mit den 4K oder 8K oder 16K, was wir bis dahin dann vielleicht haben. und ich höre es auch nicht mehr so toll. Ich brauche eigentlich maximal noch Stereo und dann sagst du halt, okay, das Heimkino ist jetzt passé. War eine schöne Zeit, Tschüssikowski, aber jetzt muss das Zeug alles wieder hier raus. So, und dann, spätestens dann musst du die ganze Dämmung halt wieder loswerden und dann kannst du nur noch hoffen, dass du irgendwo gebraucht verscherbeln kannst an jemanden, der sich dann erst ein Heimkino baut. Ansonsten, ja, Sondermüll. Sondermüll, extrem teuer. viel teurer als in Anschaffungen, ja. Ja, aber letztendlich, es gibt immer Punkte, du wirst irgendwo ins Straucheln kommen bei so einem Projekt, ja, wenn du es nicht richtig geplant hast, du wirst bei der Umsetzung irgendwo stecken bleiben und nicht so richtig weiter müssen, improvisieren müssen, ja, das ist so ein typischer Punkt, was ohne Planung passiert und insgesamt ist einfach das Fehlerpotenzial viel, viel höher. Das ist eigentlich das Wichtigste, denke ich, zu sagen. Deshalb kann ich es nur empfehlen, wirklich. Plane. Planen, planen, planen. Was machen denn die meisten, wenn sie irgendwie merken, dass sie einen Fehler gemacht haben? Der erste Schritt ist dann erstmal zum Händler seine Vertrauens gehen und die nächste teure Elektronik kaufen. Ja, genau. Wir brauchen einen anderen Verstärker, der muss es doch besser machen. Ja, wenn es nicht gut klingt, ja, dann waren es entweder die Lautsprecher oder die Verstärkerleistung reicht noch nicht. War alles andere schuld. Ja, genau. Das ist, das ist auch eine völlig nachvollziehbare Sache, weil wenn wir mal schauen, wie wächst denn jeder rein in dieses Hobby, ja, es fangen immer alle erstmal an, ja, ein TV haben wir schon, dann wollen wir besseren Sound haben, dann holen wir uns halt mal so ein 5.1 Kompaktsystem irgendwo beim Discounter, so 400 Euro, boah, geiles Heimkino. Ja, und dann geht es von dort an ja plötzlich weiter, dann interessiert man sich dafür, dann tritt man irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Foren bei und sieht dann, was andere machen und was eigentlich noch geht und dann müssen doch nochmal andere Lautsprecher her und dann brauchen wir doch nochmal einen besseren AV-Receiver und dann gibt es ja noch dieses Atmos, da brauchen wir mehr Kanäle, oh, ich habe nur 7.2, da muss ich doch nochmal aufrüsten. Ja, und so geht es ja eigentlich immer weiter und das Hobby definiert sich ja von Anfang an eigentlich komplett über Technik, immer wieder neue Technik, bessere Technik, irgendwann High-End, ja, wo man sich dann wirklich schon fragen muss, ist es das dann am Ende wirklich noch wert, das 10-fache zu bezahlen dafür, dass es nur noch 2% besser wird, weiß ich nicht. Ja, es ist irgendwie der falsche Ansatz meines Erachtens, also immer mehr Geld für Technik auszugeben, wenn du deine Hausaufgaben machst und die Planung, die Umsetzung sauber durchführst, dann kannst du auch mit einfacher oder viel einfachere Technik ein besseres Ergebnis bekommen als jemand, der das nicht gemacht hat, mit viel, viel teurer Technik. Also hast du das bessere Ergebnis für sogar weniger Geld am Ende des Tages, wenn du das gleich von Anfang an so gemacht hast und die Augen geöffnet worden sind, sage ich jetzt mal, schon fast apokalyptisch, also weiß ich nicht. Es ist tatsächlich so, ja, wenn du einmal verstanden hast, was du mit Physik eigentlich machen kannst und dass es halt eigentlich viel weniger kostet als die Technik an sich, dann ist es so. Es ist halt, ich sage immer, du kannst dir Lautsprecher für 10.000 Euro das Stück kaufen und kannst die in ein Schwimmbad stellen und sie werden trotzdem nicht gut klingen. So sieht es aus, ja. Das ist eine ganz einfache Sache, ja, und genau das kann man jetzt, es ist natürlich völlig übertrieben, so dieses Beispiel, aber man kann das runterrechnen, das ist genauso, es muss kein Schwimmbad sein, das kann einfach ein leerer Kellerraum sein, wo einfach nur die Wände gestrichen wurden. Es ist völlig egal, was du da reinstellst, das wird einfach nicht klingen, wenn nichts für die Akustik gemacht ist und genau so ist es mit allen anderen Sachen auch. Ich habe da übrigens Untersuchungen gemacht, was die Nachhaltzeit betrifft, in meinem nackten Kellerraum damals noch. Das waren im Bass viereinhalb Sekunden. Ja, schön. Das heißt, du hast den Player gedrückt auf Pause und viereinhalb Sekunden danach hat es noch wuh, wuh, wuh. Ja, das ist doch super. Du musst immer nur ab und zu mal so eine kurze Basswelle rauslassen und hast trotzdem immer ein schönes Dröhnen im Raum. Das glaubst du, was du da Energie sparen kannst. Ja, super. Ja, nee, also das ist tatsächlich so, und eine Sache, die immer völlig vergessen wird, und das ist auch so ein bisschen, ja, so ein Fremdwort, was keiner so richtig auf dem Schirm hat, erwähne ich sehr gerne die sogenannten Opportunitätskosten. Das sind die Kosten. Oh, jetzt wird es fachlich. Jetzt wird es richtig fachlich. Ja, genau. Das ist aber auch, das ist absolut nicht greifbar, so ein Begriff. Ja, es handelt sich letztendlich um die Kosten, von denen du gar nicht merkst, dass du sie hast, oder von denen du erst sehr, sehr viel später herausfindest, dass du sie hattest. Man kann ein bisschen sagen, es ist Lehrgeld. Ja, du bezahlst halt im Nachhinein für irgendwas, was du vorher falsch gemacht hast. Aber es ist eigentlich noch viel schlimmer, weil du es oft überhaupt nicht mitbekommst. Du machst irgendwas, du setzt halt dein Heimkino irgendwie um, mehr oder weniger geplant, wahrscheinlich weniger, und hast dann irgendein Ergebnis und bist im ersten Moment auch zufrieden, weil du kennst ja nichts Besseres. Und was dann passiert ist, du entwickelst dich weiter mit dem Hobby, du lernst dazu, du siehst eben, wie gesagt, was andere machen. Und irgendwann merkst du, verdammt, ich habe ja hier die Hälfte falsch gemacht in meinem Raum. Und dann hast du aber schon fünf Jahre lang Filme geguckt. Du hättest es eigentlich die ganze Zeit viel, viel besser haben können, viel bessere Qualität, du hättest viel mehr rausholen können von Anfang an. Aber du hast es nicht gemacht. Du hast dir halt irgendwo nicht dieses Wissen angelesen oder angeeignet. Du hast nicht genug Tage YouTube-Material eingesaugt. Und dadurch kam eben dieser Fehler zustande. Und du sitzt dann irgendwann da und fragst dich, verdammt, jetzt muss ich doch nochmal ran und dann muss ich alle Filme nochmal gucken. Kann man machen, wenn man Zeit hat. Ja, genau. Da bin ich ja das beste Beispiel für. Du fragst mich immer, hast du den Film gesehen? Hast du den Film gesehen? Ah, du, ich komme eigentlich gerade nicht so zum Gucken. Du guckst ja keine Filme. Ich gucke ja keine. Ich habe ja nur das Kino und gucke eigentlich gar nicht. Ja, du machst das ja nur zum Spaß alles. Genau. Naja. Ja, was sagst du denn, Bert? Wenn man so eine Planung macht, sollte man denn unbedingt auf 3D-Modelle gehen oder sagst du, ja, nee, das reicht doch hier irgendwie mit Zettel und Papier. Oder wie sind denn deine Kunden so drauf? Was machen die? Oder sind die technisch so versiert, dass sie eine 3D-Zeichnung überhaupt anfertigen könnten? Oder eher nicht? Am Anfang nicht. Also die meisten, zumindest. Ich bekomme so ziemlich alles auf den Tisch. Also ich habe auch schon Planungen in Excel und PowerPoint. das ist so erste Ideen halt. Meistens ist es irgendwie so ein erster Entwurf. Man hat mal einen Grundriss und macht sich schon mal seine Gedanken und schmeißt es dann halt in irgendein Tool rein, was man halt zur Verfügung hat und womit man einigermaßen zurechtkommt. So ist es bei vielen. Manche auch schon tatsächlich irgendwo in 3D-Raumplanungssoftware oder sowas. Das ist dann schon mal ein guter Ansatz. Und es ist aber wirklich komplett unterschiedlich. Also es ist so eine wahnsinnige Bandbreite an Skizzen und Zeug, irgendwas, was bei mir so auf dem Tisch landet, was man gar nicht sagen kann, es ergibt irgendwie eine Tendenz oder sowas. Ich finde, es ist auch gar nicht unbedingt erforderlich zu sagen, das muss jetzt unbedingt mit dem und dem Tool gemacht werden. Du brauchst da unbedingt CAD-Software dafür. Ist definitiv nicht so. Denn es ist, wie gesagt, viel, viel wichtiger, dass man sich die Gedanken überhaupt macht, dass man überhaupt plant. Weil im Endeffekt entsteht ganz viel natürlich im Kopf, aber du musst es halt irgendwo mal festhalten. Du musst es irgendwo klassisch zu Papier bringen oder eben digital zu Papier bringen. Nur wenn du das machst, wenn du das irgendwo rausschreibst, wenn du es aus deinem Kopf rauslässt, dann hast du es gewissermaßen verewigt und dann geht es nicht irgendwo wieder unter in den nächsten Gedanken, die schon hinterherkommen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Deswegen, wenn das jemand auf Papier planen will, dann soll er es machen. Hol dir einen supercoolen, hier so einen Minenbleistift und einen Block Millimeter Papier und dann geht es los. Ist gar kein Thema. Da kann man sich noch schön die Stühle und die Lautsprecher irgendwie aus so kleinen Zettelchen ausschneiden in der Originalgröße, alles im Maßstab und kann dort rumschieben und machen. Ist super. Haben wir auch schon Projekte auf diese Weise geplant. Es ist natürlich ein bisschen unflexibel. Du brauchst irgendwann einen verdammt guten Radiergummi, weil irgendwann halt so viele Details reinkommen und du musst noch mal was verändern und noch mal was verschieben und dann radierst du halt wie blöd und irgendwann kommt der Punkt, da zeichnest du das ganze Ding noch mal neu. Weil einfach zu viele Korrekturen drin waren und dann machst du auch daran wieder weiter und dann zeichnest du es noch mal neu. Das kostet halt unheimlich viel Zeit und ist wahnsinnig unflexibel und du bleibst ja am Ende trotzdem immer noch in 2D hängen. Das ist auch ein gutes Thema oder ein guter Stichpunkt und soweit. Also 2D-Planung geht natürlich schon. 3D ist halt immer gut zum Visualisieren, auch um vielleicht deinen eigenen Partner oder deine Partnerin davon zu überzeugen, dass man sowas braucht oder wie das aussehen kann. Ja, absolut. Das ist aber wichtig, finde ich, dass die Zuhörer auch mal so ein bisschen den Ansatz verstehen. Also da haben wir ja konzeptionell komplett unterschiedliche Kunden. Das heißt, du hast so die Kunden, die selber planen, die sich selber Gedanken machen. Das finde ich auch einen super Ansatz, weil es ist immer besser, wenn der Kunde schon genau weiß, was er für Vorstellungen hat, was er genau machen möchte. Bei mir ist es halt notgedrungen auch mal so, dass ich hier 3D-Modelle zeichnen muss, zum Beispiel für den Architekten oder so, wenn jetzt eine Instanz davor beim Neubau oder so dann auftritt. Ich mache das extrem ungerne aus dem Grund, nicht weil ich es nicht kann, sondern weil es extrem viel Zeit kostet und die Rückfragen vom Kunden immer extrem zeitintensiv sind, weil ich überlege mir ja was, wie man es am besten machen kann. Das geht vielleicht aber in der Umsetzung gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Dann sagt der Kunde, ah nee, das geht so nicht, du musst es nochmal neu zeichnen. Und dann kommst du an eine Änderungsschleife rein, dann macht es für beide Seiten eigentlich keinen Spaß mehr. Deswegen finde ich euren oder deinen Ansatz so spannend, weil der Kunde genau weiß, was er eigentlich erwartet oder was er bekommt auch. Das finde ich nicht schlecht. Deswegen geben wir auch gerne so Planungen an dich dann ab, dass die Leute mal verstehen, warum du jetzt hier überhaupt dabei bist. Die Sache ist ja die, dass in den letzten, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren oder sowas, sei das üblich geworden ist, dass man sich Heimkino-Planungen irgendwo machen lassen kann, hat sich das halt einfach etabliert. Und es ist immer das einzige Modell gewesen, was man sich vorstellen kann. Okay, ich will ein Heimkino haben, ich habe aber eigentlich keine Ahnung, wie ich es machen soll. Dann lasse ich es mir halt von jemandem planen. Umsetzen werde ich es definitiv selbst, einfach schon aus Kostengründen, weil ich halt irgendwie nicht die 60.000 aufwärts aufbringen kann beziehungsweise die lieber in die Technik stecken würde. Also muss ich es selbst umsetzen, weil da kann ich einfach die Handwerkerstunden irgendwie, zwei Leute, die da zwei Wochen in meinem Raum rummachen, kann ich mir einfach nicht leisten oder will ich mir nicht leisten. So, und natürlich ist es natürlich auch so eine Sache, man will das ja vielleicht auch selbst gemacht haben, weil es halt einfach ein cooleres Gefühl ist am Ende, zu sagen, hey, guck mal, habe ich alles selbst gebaut, dann kann man sich so ein bisschen hier selbst auf die Schulter klopfen. Und da ist es einfach der Punkt jetzt, wenn du das geplant bekommst von jemandem, dann musst du es ja erstmal noch verstehen. Du musst ja wissen, okay, was sind jetzt die Gedankengänge dahinter, warum macht der das jetzt hier so, warum soll ich das so aufbauen und nicht irgendwie anders, das wäre doch anders viel einfacher. Das heißt, du hast das Verständnis noch gar nicht. Du musst also auf jeden Fall irgendwie noch eine Anleitung oder irgendwas dazu bekommen, wo das alles auch ein bisschen beschrieben ist, wo das ein bisschen erklärt wird und wo du dich halt auch reinlesen musst. Das sind ja häufig dann auch so 100-Seiten-Dokumente oder sowas, wo du dann erstmal eine Weile beschäftigt bist, das alles nachzuvollziehen und zu verstehen. Aber wirklich kapiert hast du es am Ende ja trotzdem nicht. Das ist so, jetzt ganz einfach, du liest eine Anleitung durch, sag doch mal eine Beschreibung, das Datenblatt von deinem Auto. Und wieder mal eine Auto-Analogin, was ich immer schön bringe. Du liest ja das Handbuch von deinem Auto durch. Deswegen bist du immer noch kein Kfz-Mechaniker. Jetzt mal einfach gesprochen. Von dem her, zwischen Lesen und was zu verstehen, die Hintergründe, also da liegt eine ganz große Diskrepanz dazwischen. Ja, wer liest schon die Bedienungsanleitung von seinem Auto? Also da gucke ich irgendwie zweimal rein, wenn ich wissen will, was ist der richtige Luftdruck? Wobei, dann hast du irgendwann auch kapiert, das steht dann irgendwo an der Tür. Und vielleicht nochmal, wenn du irgendwas anderes von der Bedienung her nicht verstehst, aber ansonsten, guckst du doch da nie rein. Ja, und weil du es einfach auch nicht musst. Ja, und da steht ja am Ende sowieso nicht drin, du darfst bei den und den Straßenverhältnissen maximal 100 kmh fahren oder sowas. Ja, dafür gehst du ja in die Fahrschule, um sowas zu lernen. Das ist also, ja, ist ein bisschen schwierig. Und genau so ist es da halt jetzt im Endeffekt auch. Eigentlich hat gar keine Lust, so eine Anleitung zu lesen. Und wirklich schlau wirst du ja auch nicht draus. Da steht dann einfach nur das drin, was du tun musst der Reihe nach und welche Holzleiste wohin geschraubt werden muss. Aber da steht nicht, warum wird das Ganze eigentlich alles so aufgebaut. Und das Hintergrundwissen fehlt dir einfach immer noch komplett. Du machst irgendwas und hast die Hoffnung, dass am Ende das richtige Ergebnis dabei rauskommt. Genau. Aber warum es funktioniert, warum das so gemacht wird, das fehlt dir halt immer noch so ein bisschen. Da kannst du immer noch oder es interessiert dich überhaupt nicht, wenn du sagst, okay, bau mir das Kino dahin. Ich komme dann in zwei Wochen wieder und dann ist das Ding fertig und ich will nichts davon wissen. Gibt es auch, ist auch legitim, alles okay. Genau. Aber was ich noch dazu sagen wollte, weil du gerade mit der Fahrschule kamst, das ist nämlich auch ganz interessant. Du kannst dich mit dem Thema beschäftigen. Du gehst in eine Fahrschule, machst jetzt ein halbes Jahr Fahrschule. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie lange es mittlerweile geht. Kann ich auch nicht länger als früher. Bis man nicht mehr durchfallen ist. Genau. Aber du brauchst ja trotzdem Erfahrung auf der Straße. Das heißt, man geht mittlerweile, ich glaube, von sieben Jahren aus, bevor du mal alle typischen Situationen im Alltag vorgekommen sind und daraus lernst du ja. Das heißt, du brauchst eigentlich siebeneinhalb Jahre, um Autofahren zu können. Nicht ein halbes Jahr. Okay, nach einem halben Jahr hast du deinen Führerschein. Aber das heißt ja nicht, dass du ein guter Autofahrer bist. Würde ich bestätigen, ja. Das dauert einfach eine Weile, bis du die Automatisierung so drin hast und einfach nicht mehr nachdenken musst über das, was du tust. Und bis du wirklich nach einer Viertelstunde Fahrt ankommen musst oder ankommst und denkst, warte mal, waren überhaupt alle Ampeln grün? Ja, bis dieser komplette Automatisierungsprozess einsetzt. das ist richtig. Dauert einfach. Und so ist es mit der Erfahrung. Das kriegst du nicht von heute auf morgen gesteckt, aber du musst es dir halt erarbeiten. Der wesentliche Unterschied, wenn du eine Planung selbst machst, anstatt sie dir machen zu lassen, ist einfach der, dass das Ganze in deinem Kopf entstanden ist. Dass du dir selbst die Gedanken dazu gemacht hast und dadurch natürlich auch alle Dinge, die dir sonst noch durch den Kopf gehen, einfach mit einbeziehen kannst. Ja, da kannst du dir überlegen zwischendrin, oh, warte mal, da ist doch noch da oben dieses eine Loch in der Wand. Was mache ich denn mit dem? Ja, wenn du eine Planung beauftragst, dann hast du das möglicherweise vergessen und okay, dann wird da halt nicht dran gedacht, dass man das vielleicht nutzen könnte, um Kabel durchzuführen oder sowas. Wer weiß. Wenn du das selbst gemacht hast, dann kommst du irgendwann selbst drauf. Ja, das entsteht alles in deinem Kopf. Du musst es natürlich immer noch irgendwo schriftlich festzahlen, du musst es irgendwo zu Papier bringen oder auch digital zu Papier bringen, aber es ist in deinem Kopf entstanden und das ist der eigentliche Unterschied, weil dadurch wirst du einfach dieses Verständnis haben. Du wirst am Ende jede einzelne Schraube in deinem Kino wirst du kennen, hin- und auswendig. Du weißt genau, wie irgendwas wohin gemacht wurde und wenn du dann sagst, nach fünf Jahren so, ich will jetzt doch nochmal meine Lautsprecher ein bisschen erweitern, dann weißt du genau, ob das funktionieren wird oder ob das nicht funktionieren wird, weil du genau weißt, okay, so und so habe ich es damals gemacht aus dem und dem Grund und das ist halt genau das, was den Unterschied ausmacht. Selbst wenn du es nicht mehr weißt und du hast es vielleicht dokumentiert damals, kannst du immer noch nachschauen. Das geht ja, sage ich mal, bei dem typischen Heimkino-Bau auch nicht, weil das ist dann halt hingesetzt worden, das wird normalerweise nicht so dokumentiert, jeder Schritt, auf keinen Fall. Ein paar Zwischenschritte vielleicht noch, dass man ein paar wichtige Punkte dokumentiert, ja, aber weiß ich nicht. Also ich finde das von Grund auf selber zu machen schon spannend, weil du gibst ja trotzdem noch genug Geld für andere Sachen aus, die du vielleicht auch fertig kaufst. Du musst ja nicht dein komplettes Kino selber bauen. Ich meine, keiner kommt auf die Idee, einen Projektor selber zu entwickeln. Beim Lautsprecher sieht es vielleicht doch anders aus, dass manche Leute hier Bausätze kaufen. Galileo kam doch, glaube ich, auf die Idee, wo sie so einen alten LCD-Screen auf den Tageslichtprojektor gelegt haben und dann, naja, okay. War gut. War schon cool, ja, auch Kontrast mega, gigantisch. Kontrast 1 zu 0. Man muss nicht alles selbst machen und das ist auch bei uns letztendlich ja auch so, die Leute planen häufig auch selbst, haben dann aber gar nicht unbedingt Lust, das handwerklich auch umzusetzen. Den Fall gibt es ja auch noch. Du kannst ja nicht nur selbst, also das Ganze dir planen, lassen und dann selbst umsetzen. Du kannst es ja auch umgekehrt machen. Du planst selbst, weil du einfach Bock drauf hast und weil du, weil du es kannst, weil du am PC einfach ein Crack bist, aber du hast keinen Bock auf das Handwerkliche und dann holst du dir halt Handwerker, die das machen. Oder hast jemanden in der Familie, der handwerklich total gut drauf ist und dann macht ihr das halt zusammen. Du bist dann halt nur der Handlanger und gleichzeitig der Bauleiter, der sagt, so und so muss es gemacht werden. Also es gibt alle denkbaren Konstellationen da in dem Bereich. Aber um auf die, auf die übersprüngliche Frage zurückzukommen, muss es jetzt wirklich in 3D geplant sein? Ich sehe es halt mittlerweile so, also ich habe damals auch in 2D geplant, speziell in einem Grafikprogramm halt, weil ich es einfach konnte, weil ich es einfach hatte. Und das ist auch nicht das Schlechteste, weil du kannst jede Art von Zeichnung damit machen und kannst da auch sehr genau vorgehen, ist alles kein Thema. Aber aus heutiger Sicht würde ich es nicht mehr machen, weil ein Heimkino ist ein Raum und ein Raum ist was Dreidimensionales. Ein Heimkino ist ja keine Fläche. Deswegen macht es einfach nur wahnsinnig viel Sinn, dass man das Ganze in 3D macht. Also wenn wir zeichnen, dann, oder wenn ich zeichne, mache ich das per 3D schon und mache dann Zeichnungsableitungen, einfach dann, um die Maße rauszumessen. Das ist halt das Entscheidende. Auch wenn du so eine Planung bekommen solltest, ist es wichtig, dass du die Maße selber ausmessen kannst. Das heißt, der Umgang mit so einem Tool sollte schon so gegeben sein, dass wenigstens das funktioniert. Weil stell dir vor, du hast gar keine Möglichkeit, die Maße irgendwie aus so einer Zeichnung rauszulesen. Du wirst ja irre, du weißt ja gar nicht mehr, wo du dran bist. Vor allem, wenn du dir vorher die Gedanken gar nicht gemacht hast. Ja, du musst halt umrechnen. Du misst dann quasi mit dem Lineal auf so einem kleinen Maßstab mehr oder weniger nach und musst das dann hochrechnen, wie das dann im echten Raum wäre. Aber dabei liegst du ja zwangsläufig immer ein paar Zentimeter daneben. Ich meinte jetzt schon mit der Computer-Software. Genau, so muss es dann eigentlich im Endeffekt sein. Also du musst halt irgendwie einen digitalen Plan oder sowas haben, wo du wirklich am besten das anklicken kannst und dann kannst du zum Beispiel gucken, die Leiste sitzt hier, die Leiste sitzt da, dazwischen ist eine Differenz von so und so viel und dann weißt du, wie dein Abstand im Raum sein muss. Das ist der Idealfall. Du kannst ja auch nicht alles bemaßen in so einem Ding. Das sieht man auch ganz oft, dass du so Zeichnungen bekommst, wo du an Bemaßungen fast schon erstickst, wo du überhaupt nicht mehr erkennen kannst. Das ist halt auch nicht hilfreich. Also klar, die wichtigsten Sachen, Raumlänge, Raumbreite, Positionen der Türen, Fenster und so weiter, das muss irgendwo alles drin sein, aber es muss dann am Ende nicht jede einzelne kleine Leiste irgendwo bemaßt oder abgebildet sein. Ja, oder auch kleine Abweichungen. Wenn ich überlege, wie oft ich die Frage gestellt bekomme, ja, darf der Subwoofer fünf Zentimeter weiter links oder rechts sitzen? Ja, das spielt aufgrund der Wellenlänge da gar keine Rolle mehr. Du kannst das machen, klar. Oder kann ich den Subwoofer drehen? Ja, also bei unserem Bausatz zum Beispiel, der B12-Bausatz, der ist so entwickelt, dass man den mit der Absicht legen kann, einfach um das Maß zu sparen, wenn man es hinlegt oder dass es besser reinpasst. Genau. Ja. Aber klar, wenn du es nicht weißt, kommt halt so eine Frage. Ja, klar. Logisch, ja, das ist ja auch, du hast am Anfang, wenn du so ein Projekt beginnst, wenn du sagst, okay, cool, ich habe einen Keller, der ist ungenutzt, ich will jetzt ein Heimkino, weil ich es einfach geil finde. Dann hast du irgendwie so fünf, sechs, sieben große Fragen. Ja, wie stelle ich die Lautsprecher richtig auf? Was muss ich für Akustik jetzt wirklich tun? Welcher Beamer ist der richtige? Und noch ein paar andere. So, wenn du die Fragen beantwortet bekommst, dann hast du deswegen ja jetzt nicht die fertige Kinoplanung. Das ist ja nicht so, dass du dann deswegen wahnsinnig viel schlauer bist. Sondern das sind ja sehr, sehr oberflächliche Fragen, die du dir halt als Einsteiger irgendwo stellst. Aber sobald die beantwortet sind, kommt für jede von diesen Fragen drei neue auf. Und die sind dann schon ein bisschen detaillierter. Ja, da ist dann nicht mehr nur so, okay, was ist jetzt vielleicht die richtige Lautsprecherserie oder welchen Hersteller nehme ich oder sowas, sondern da geht es dann schon darum, ist jetzt die Bauart besser oder die Bauart? Ja. Oder macht das einen Unterschied, ob da jetzt ein Tiefmitteltöner drin ist oder zwei? Ja, ist irgendwas davon besser? Und so geht es immer tiefer rein. Und die Fragen werden am Ende immer konkreter und immer detaillierter. Und am Ende hast du irgendwie mal 100, 200, 300 Fragen gehabt. Das kannst du irgendwann schon gar nicht mehr zählen. Aber die waren halt zum Teil sehr, sehr klein und haben nicht mehr so dieses Gefühl wie am Anfang, dass du vor so einer Wand stehst und überhaupt nicht weiter weißt, sondern da weißt du dann schon, okay, es läuft in die und die Richtung, aber ich muss hier noch ein kleines Detail wissen. So erlebe ich das zumindest halt in den Projekten eigentlich jeden Tag. Wer würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem extra Heimkino-Raum und dem Wohnzimmer? Oder wo liegen die Unterschiede in der Planung? Also, was mir sehr, sehr oft unterkommt, ist so, ja, das ist ja nur ein Wohnzimmer. Da muss man das nicht so extrem ausführlich machen. Ja, genau, genau, das ist der Punkt. Das unterschätzen viele so ein bisschen. Die denken nur, ein richtiger Heimkino-Raum ist was, wo man so extrem planen muss und mit 3D und was weiß ich nicht alles und ein Wohnzimmer, na ja gut, da reicht auch eine kleine Handskizze oder so. Das ist im Endeffekt nicht so. Ein Wohnzimmer ist nicht weniger herausfordernd als ein separater Kinoraum. Das sind nur die Anforderungen, die ein bisschen anders sind. Oft sind die Grenzen einfach enger gesteckt. Du kannst dir weniger erlauben, du musst mehr Kompromisse eingehen. Aber das macht es am Ende eigentlich eher komplizierter und nicht einfacher. Also, würde ich auch so einschätzen. Du hast ja viele Sachen, die schon gegeben sind, weil zum Beispiel eine Fensterfront im Weg ist oder eine Tür ist da. Also, musst du gucken, wie du dahin rutschen kannst. Und das hat ja dann wieder Abhängigkeiten zu anderen Dingen. Ich sage jetzt mal Bildgröße, Positionierung der anderen Seite. Kannst dich symmetrisch aufbauen. Wie messe ich es ein? Wo stelle ich die Technik hin? Mal so Fragen zu stellen. Du musst meistens auch die Wünsche der Partnerin berücksichtigen. Also, verzeihe mir die Einseitigkeit der Formulierung, aber es ist halt meistens so. Da kannst du auch nicht einfach sagen, ich mache jetzt hier aus dem Wohnzimmer, was ich will. Sondern du musst das ja irgendwo alles abstimmen und du musst dir das okay dafür holen. Und das macht die Sache letztendlich eigentlich schwieriger, als wenn du einen Raum hast, wo du einfach deine eigene Männerhöhle reinbauen kannst, wo du tun kannst, was du willst. Wenn bei mir Kunden kommen zum Probehören und die ihre Frau oder Freunde mitbringen, dann muss ich meistens erst mal die überzeugen, bevor es dann weitergehen kann. Weil der Mann ist eigentlich schon im siebten Himmel und die Frau, die hat noch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Aber es geht auch andersrum. Es gibt auch Frauen, die sagen, boah, mega cool, genauso will ich es haben. Wo du denkst, hä? Hä? Was passiert hier gerade? Ja, genau. Gibt es auch. Der Mann lieber so, ach, können wir jetzt wieder Motorrad fahren gehen? Und die Frau so, nee, nee, warte mal. Ich will meine Serien hier sowas gucken. Ja, kann schon sein, dass es das auch mal gibt. Aber es ist ja gefühlt nur so, also ich würde mal sagen, bei diesem Hobby mindestens 99 Prozent ist das ein Männerhobby. Ja, es ist einfach ein technikverliebtes Männerhobby. Ja, absolut. Also es gibt viele Frauen, die dann auch begeistert sind davon und die da einfach auch mitziehen. Und ich kann da jedem wirklich nur beglückwünschen, der so eine hat. Weil es einfach, ja, weil es einfach super, super gut ist, wenn man nicht wegen jedem Mist dann rum argumentieren muss. Aber trotzdem, je nachdem, wo man das Ganze durchzieht, muss man halt einfach ein bisschen kompromissbereit sein und irgendwo sagen, ja, es ist halt ein Wohnzimmer, da wird halt jetzt nicht alles schwarz gestrichen. Also wie kommen wir dann hin? Wie kriegen wir dann ein gutes Beamerbild dahin? Ein schönes, dunkles, grau zum Beispiel. Ja, absolut. Ja, oder ein konvertierbares Wohnzimmer. Das ist auch häufige Anforderungen. Wie kriegen wir es hin, dass wir das irgendwie mit Vorhängen oder so von hell auf dunkel umstellen können? Geht alles. Ja, ja, ich bin ja auch gerade am Planen ein bisschen für mein Wohnzimmer. Es wird umgestellt von LaserTV auf Fernseher. Yay. Und. Bissendlich erwachsen geworden. Oh. Ja, ja, ich will jetzt noch ein SBA integrieren. Okay. Und der Fernseher, wenn der so groß ist, ist er halt auch irgendwo im Weg. Bei einem SBA, ja. Wobei auch das möglich ist. Ja, ja. Da haben wir auch schon schöne Projekte gehabt. Jetzt zuletzt das Wohnzimmer vom René. Jetzt ist ja so ein bisschen fast schon viral gegangen. Ja. Weil es einfach eine saugeile Lösung ist, was er da umgesetzt hat. Das sah auch nicht ganz unaufwendig. Ja, ja, absolut. Also die Lautsprecher, die man noch gesehen hat, das war wirklich so gewollt. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Novero jetzt nicht unbedingt die Lautsprecher sind, die man irgendwo einbaut. Man bezahlt ja irgendwo auch für die Optik und sie sind auch nicht wirklich dafür geeignet. Aber das ist ja jedem seine Sache. Wenn man die Lautsprecher sehen will, dann ist es ja ein legitimer Wunsch. Und ansonsten aber sehr wirklich clean und aufgeräumt. keine Subwoofer zu sehen und nichts, sondern trotzdem halt ein SBA da drin. Also das ist der gleiche Plan. Wird bei mir auch der gleiche Subwoofer werden, logischerweise. Na sowas. Von uns. Aber sowas. Ach, da kommt ein Fremdfabrikat rein, Mensch. Ja, klar, logisch. Hey, so ist der Plan. Das wäre doch mal ein Subwoofer aus Bambus. Das wäre doch mal eine Marklücke, oder? Ja, wir sind gerade dran. Unser Lautsprecher-Partner oder beziehungsweise unser Partner, mit dem wir das Demokino in Berlin umgesetzt haben und der auch für uns die Gehäuse baut. Die sind gerade dran an einem Marmor-Gehäuse. Das heißt, oder beziehungsweise Fliesen. Das ist praktisch ein MDF-Gehäuse. Ein sehr spaciges Gehäuse von der Form her. Und das wird mit Fliesen bezogen. Ich habe erst gesagt, das wird foliert. Ja, das sah total foliert aus. Und bis man dann gesehen hat, der ganze Raum glänzt. Sorry, ich muss das jetzt einfach bringen. Also dann quasi praktisch passend zum Fliesentisch. Genau. Nee, das soll gar nicht wertend sein. Ich kann mir das super vorstellen, dass das funktioniert. Warum auch nicht? Nee, das ist so ein ganz edler italienischer Marmor gewesen. Ja, coole Sache. Gibt es mal was Neues? Ja. Und schwer, vor allem. Ja, klar, das wiegt dann ein bisschen. Also wer mal ein Päckchen Fliesen hochgehoben hat, der weiß Bescheid. Und wenn du dann halt zwei oder vier davon hast... Kleine Anekdote, als wir hier eingezogen sind und ich Fliesen für den Keller gekauft habe, war ich in dem großen Baumarkt und hatte noch einen alten Audi A4, so als Baustellenfahrzeug. Und den habe ich dann beladen mit den Fliesen und das Fahrwerk war einfach mal auf Block. Ja. Da hebelt es sich richtig aus bei jeder Bodenwelle. Ja, da kannst du mit dem Auto ein Wheelie machen. Sozusagen, ja. Beziehungsweise dann nicht mehr. Das Frontkrieg war schwächt. Ja, das ist... Okay, kommt ein bisschen blöd, ja. 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 Was sagst du? Also bei so einer Planung, wie detailliert sollte man denn vorgehen? Muss man jedes Eckchen, sag ich mal, mitbedenken? Oder sagst du, es gibt einen groben Plan und gewisse Sachen, die kommen dann halt beim Bau tatsächlich noch mit? Sonst geht ja die Planung auch ins Unendliche vielleicht. Das ist immer so ein bisschen so, du nimmst Anlauf und musst irgendwann abspringen. Du musst den richtigen Punkt finden, wo du abspringst. Grundsätzlich sage ich, plan alles so detailliert, wie es nur irgendwie geht. So detailliert wie möglich. Weil jede Minute, die du in die Planung gesteckt hast, spart dir nachher zwei Minuten in der Umsetzung. Also jetzt so bildlich gesprochen. Das verkürzt einfach die Umsetzung. Und das ist natürlich ein Punkt, der insbesondere auch wieder im Wohnzimmer Kino sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn du jetzt nicht gerade das Haus sowieso erst komplett frisch beziehst und noch alles innen ausbauen musst und so weiter, sondern du hast irgendwie schon ein fertiges Wohnzimmer und willst das jetzt einfach mal komplett umdesignen ins neue Heimkino, dann kannst du ja auch nicht sagen, komm, lass uns mal hier vier Wochen, vier Monate Baustelle draus machen. Ja, da springt dir halt in der Regel die Partnerin an die Gurgel, weil die spätestens nach drei Wochen sagen wird, ich halte es nicht mehr aus, ich brauche wieder ein normales Wohnzimmer. So, und das heißt, gerade so Wohnzimmerprojekte müssen einfach in einem möglichst engen Zeitfenster stattfinden können. Und dazu musst du das Ganze vorher richtig geplant haben, so detailliert, wie es nur irgendwie geht. Du musst ganz genau wissen, an dem Tag mache ich das, an dem Tag mache ich das und dann mache ich das. Im Idealfall. Das ist natürlich ein gutes Stichwort oder ein guter Punkt, weil ich sage mal, im eigenen Kellerraum ist es natürlich kein Problem, die Tür zuzumachen und dann ruht halt die Baustelle, wenn du keinen Bock hast. Aber der Wohnzimmer, wo vielleicht noch Tiere oder Kinder rumspringen und da liegen dann irgendwelche gefährlichen, ja, ich sage jetzt mal nur Teppichmesser oder ein Hammer und die Kinder haben gerade Spaß und dreschen dir irgendwie den Fernseher zusammen, den neuen, der noch verpackt, irgendwie in der Ecke steht. Oder die Fliesen, die gerade frisch verlegt wurden. Ja, das ist genau der Punkt. Deswegen auch speziell bei Wohnzimmern wieder, ja, es ist überhaupt nichts einfacher. Es ist einfach nur eine andere Art von Problem, die man hat. Aber grundsätzlich einfach klar, je mehr man plant, desto besser ist es, desto mehr oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Fehler schon im Voraus findet. Ja, und das ist einfach immer eine gute Sache, ja, weil du wirst immer noch genug Fehler machen am Ende in der Umsetzung. Das ist gar keine Frage. Aber so viel wie möglich davon zu vermeiden, ist einfach ein gutes Ziel und wird immer eher positive Effekte haben. Letztendlich werden auch schon Leute, die haben angefangen zu planen, die haben das alles mal so hingestellt und ich konnte sie dann einfach nicht davon abhalten, jetzt einfach anzufangen. Ja, das ist auch, ich kann ja jetzt nicht irgendwie die Leute kontrollieren und sagen, nein, du planst jetzt aber noch gefälligst weiter drei Monate lang, weil das muss gut werden. Ja, also manche kannst du halt einfach nicht halten. Das ist wie so ein Hund an der Leine, der irgendwann musst du loslassen, weil der zieht halt einfach wie blöd. Und okay, dann machen die das und es kommt trotzdem ein gutes Ergebnis dabei raus, weil sie handwerklich vielleicht einfach so topfit sind, dass sie nicht jede Leiste im Einzelnen vorher schon festgelegt haben müssen, sondern die machen das halt einfach spontan. Die sagen dann einfach, okay, grundsätzlich die Maße von dieser Wand hier müssen so und so sein, dass der ganze Vorbau muss so gemacht werden und da und da müssen die Lautsprecher nachher drinstehen und den Rest machen sie quasi einfach direkt auf der Baustelle und das ist okay. Wenn man so drauf ist, wenn man so sicher ist, dass man das kann, warum soll man dann auf Teufel komm raus jetzt noch irgendwie das alles im Plan erst nachzeichen? Aber gerade für diejenigen, die handwerklich vielleicht nicht so topfit sind, die irgendwo sagen, ja so handwerklich, ich bin halt irgendwo nur eine 5 von 10 und keine 8 von 10 und ich muss halt, ich brauche ein bisschen länger und ich muss manchmal ein bisschen länger überlegen, wie man das jetzt am besten löst. Da ist es besser, vorher detaillierter zu planen und am Ende wirklich jede einzelne Holzleiste da irgendwo eingezeichnet zu haben. Im schlimmsten Fall sogar die Schrauben. Wobei sowas, also das ist dann schon ein bisschen abgefahren. Aber ja, da kann man wirklich richtig schön tief reingehen und es gibt letztendlich keine wirklichen Grenzen, aber man muss den Absprung schaffen. Man darf sich nicht zu Tode planen. Ja, wir haben vorher schon mal kurz angesprochen. Ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Wo unterscheidet sich denn das Projekt Heimkino Praxis von anderen Angeboten? Also was sagst du nochmal kurz zusammengefasst? Wo sind die hauptsächlichen Unterschiede? Was machen eure Kunden anders? Also der Hauptunterschied ist, dass wir eben nicht für die Kunden planen, im Normalfall, sondern dass die Kunden selbst planen und dadurch am Ende alles auf ihrem Mist gewachsen ist. Ja, und das ist einfach eine ganz andere Situation am Ende für die ist. Sie sind halt irgendwie unheimlich stolz auf das, was sie geschaffen haben. Das ist eigentlich so der wesentliche Unterschied. Du hast nicht einfach irgendwas nachgebaut, was dir irgendeiner vorgegeben hat, sondern das ist alles komplett auf deinen Mist gewachsen. Du hast dir alle Überlegungen selbst gemacht. Alles, was wir reinkippen in das ganze Ding, ist ihnen die Struktur zu geben, wie sie vorgehen müssen, ihnen das Wissen zu geben, damit sie das überhaupt alles richtig planen können. Und ja, das Ganze eben so ein bisschen zu überwachen. Also ich sage auch, ich bin da in dem Sinne wirklich so eine Art Mentor oder ein Sparingspartner für die Leute, wo sie sich einfach hinwenden können, wo sie ihre Fragen stellen können, wo Ideen herkommen. Ja, also ganz oft liefern wir da einfach Ideen rein in so ein Projekt, wo die Leute noch gar nicht dran gedacht haben. Ja, hier, guck mal, diese Ecke hier, das könnte man noch so oder so machen. Und auf einmal so, bam, ja klar, logisch, Mensch, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber oft bist du ja so auf deinen Raum fixiert, auf die Idee, die du bisher hattest, dass du plötzlich alles andere ausblendest und überhaupt nicht mehr auf die Idee kommst, überhaupt mal über den Tellerrand drüber zu gucken oder auch gar nicht das Wissen hast, wenn du das und das anders machen würdest, dann hättest du den und den und den Vorteil plötzlich und gar keine Nachteile mehr. Das ist eigentlich so das, worin sich das im Wesentlichen unterscheidet. Also die Ausgangssituation ist eine andere. Die Leute stehen am Ende wirklich da mit stolz geschwellter Brust und wenn dann so die ersten Besucher reinkommen, ja, dann klappt halt die Kinnlade runter und geht eine halbe Stunde lang nicht mehr zu. Das ist wahrscheinlich jedem Heimkeeper so, was gut gemacht ist, aber in dem Moment, wo du sagen kannst, hey, ja, das habe ich gemacht, also das sagt jetzt natürlich keiner so, aber man ist dann schon so ein bisschen innerlich so ein bisschen stolz, wenn man halt gefragt wird, boah, ist das wirklich alles selber gebaut? Ja, so auf die Art. Und ja, das ist eigentlich der wesentliche Punkt da. Also kann man schon so ein bisschen sagen, jetzt komme ich wieder mit der Autoanalogie. Die Kunden sind der Autofahrer auf der Autobahn und ihr seid die Leitplanke. Was man sagt hier, das tut sich in einem gewissen Rahmen, tut die innerhalb der Leitplanke aufhalten, dass sie keine Fehler machen und über das Ziel hinausschießen und halt eben Fehler vermeiden können. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin lieber das Navi als die Leitplanke. Oder Navi. Ja, Navi ist auch gut. Genau, weil die Leitplanke, da ist ja meistens schon zu spät. Ah, stimmt. Aber auch das kommt natürlich vor. Klar, wenn halt jemand einfach so fährt, dass er irgendwann Kontakt mit der Leitplanke hat, das kann ich auch nicht verhindern letztendlich. Aber ich bin, ehrlich gesagt, wirklich lieber das Navi und derjenige, der einfach sagt, du pass mal auf, wenn du da und da hin willst und du willst zwischendurch noch dort vorbei, dann fahr lieber so und nicht so. Weil dann ist es einfach, dann hast du eine bessere Strecke oder die schönere Aussicht zwischendurch und kommst nicht in den Stau rein. Ja, Autoanalogien sind einfach was total Geniales. Man kann immer irgendeinen Punkt finden, was passt. Das ist so schön. Genau. Ja. Ja, und wenn du so Planungen machst, kannst du den Leuten vielleicht mal so ein bisschen erklären, wann du zum Beispiel unsere Skyline-Lautsprecher einsetzt, wo der Punkt kommt, wo du sagst, ja, jetzt würde das Sinn machen beim Kunden. Ganz klar immer dann, wenn es der Raum hergibt oder wenn, ich sehe das immer so, bei vielen Räumen ist es so, sie schreien förmlich nach einer gewissen Lösung. Ja, das ist bei Basskonzepten ist das so. Das ist bei anderen Sachen so. Das ist, wenn du irgendwelche speziellen Ecken und Nischen hast, die schreien manchmal danach, dass dort irgendwann so eine kleine Popcornbar reinkommt oder sowas. Und genau so ist es im Endeffekt auch mit Lautsprechern. Ja, und wenn du halt einfach siehst, zum einen vom Budget her würde es passen, ja, also das ist jetzt nicht jemand, der das Ganze irgendwie für 6.000 Euro nur umsetzen will, sondern der hat schon ein bisschen was zur Verfügung, damit man auch so ein komplettes Set aus diesen oder jenen Lautsprechern zusammenstellen könnte. dann kommt das Ganze ins Spiel, weil Lautsprecher sind ja also zusammen mit der Leinwand, würde ich mal sagen, sind die so auf Platz 1 der langlebigsten Dinge, die du in einem Heimkino überhaupt anschaffst. Alle andere Technik wird früher ausgetauscht, ja, oder geht mal kaputt oder sonst was. Aber Lautsprecher gehen im Normalfall heute nicht mehr wirklich kaputt. Sie werden bestenfalls durch Neuentwicklungen überholt und nochmal besser gemacht. Aber im Großen und Ganzen arbeiten die 40, 50 Jahre, wenn es eigentlich ist. Ja, wenn du überlegst, wir sind immer noch auf dem Stand, sage ich jetzt mal, von den 60er, 70er Jahren. Also damals gab es schon gute Lautsprecher. Heute hast du andere Materialien. Heute hast du bessere Kleber, Temperaturbeständiger, kannst mehr elektrische Leistung draufgeben. Alles okay, aber das Grundprinzip des Lautsprechers ist eigentlich 100 Jahre alt. Ja, und dass du mehrere davon im Raum brauchst und so weiter. Das ist ja auch mit der Soundbar jetzt nicht wirklich überholt worden. Nee, da ist es ja, sag ich mal, in Dingen der Industrie, dass die sagen, ja komm, wir brauchen noch mehr Lautsprecher und noch besseres Ergebnis das hört ja nicht auf, wir hören das auf. Ich habe mittlerweile 19 Lautsprecher im Raum und noch 16 Subwoofer. Also es ist sozusagen alles voll in dem Raum, wie man sich es vorstellen kann, was nur geht. Aber hast du die Notwendigkeit, muss es so viel sein. Reicht nicht ein 501-System. Muss es immer direkt Rolby Atmos sein oder 3D-Formate. Also ich würde da immer anfangen, lieber ein gutes Setup zu kaufen und dann Schritt für Schritt aufzurüsten, aber das auch schon mit in der Planung aufzunehmen. Genau. Dass du von vornherein sagst, ich möchte, dass dieser Raum die Möglichkeit besitzt, sowas umzusetzen. Genau. Also auch aus akustischer Sicht vor allem. Das ist bei uns auch so ein bisschen der Ansatz, dass wir gar nicht irgendwie sagen, ja, du hast vielleicht nur dies oder jenes Budget zur Verfügung, eigentlich reicht das gar nicht für ein Heimkino, sorry. Ja, das machen wir normalerweise nicht, weil du kannst im Endeffekt ein cooles Heimkino für 2.000, 3.000 Euro bauen, wenn es sein muss. Das geht schon. Klar ist es kein High-End, klar ist es nicht so wahnsinnig beeindruckend, wie wenn du da 100.000 reinstecken kannst. Das ist keine Frage. Aber du kannst trotzdem schon viel erreichen. Du musst halt einfach nur die verfügbaren Mittel sinnvoll einsetzen und da einfach die richtigen Dinge tun. Und gerade wenn halt die Wünsche im Laufe der Zeit immer größer werden und die werden größer, meistens schneller, als das Budget größer wird, dann musst du halt irgendwo anfangen, wirklich eine Kostenplanung zu machen. Das ist auch eine Sache, die wir halt grundsätzlich in jedem Projekt immer mit reinnehmen. Also da, wo es halt erforderlich ist. Es gibt auch welche, die sagen, komm, völlig egal, hier Geld auf den Haufen werfen, mach, oder lass uns das einfach kaufen, weil es ist cool. Die gibt es auch. Die brauchen auch keine wirkliche Kostenplanung machen, weil die nicht auf die Bremse treten müssen. Aber wenn du halt ein eingeschränktes Budget hast, sagen wir mal, das ist jetzt ganz grob, 10.000, 12.000 Euro oder sowas für alles und du bringst bestenfalls vielleicht noch den Beamer mit, der ist schon vorhanden, ja, so das ist eine häufige Konstellation, dann musst du halt dir wirklich überlegen, okay, hole ich mir jetzt wirklich den AV-Receiver für 2.500 oder müssen wir da nicht ehrlicherweise sagen, dass es erstmal für 1.000 reichen muss? Ja, und dann fängst du halt an, okay, wir bereiten Atmos vor, aber wir setzen es noch nicht gleich um. Gerade Atmos ist eigentlich ein super Beispiel dafür, weil da geht es halt nicht darum, einfach nochmal zwei oder vier Lautsprecher zusätzlich zu kaufen für 400 Euro oder so, sondern da kommt ja noch viel mehr dran, da steigt halt der Preis vom AV-Receiver plötzlich locker mal um 100 Prozent, weil du ja diese Kanäle auch überhaupt erstmal befeuern können musst. Nicht mal die Endstufen, sondern einfach die Dekodierung ist halt einfach das, was es teurer macht. Es gibt halt 11.2 erst in der Preisklasse irgendwo, ja, sagen wir mal, um die 2.000, es gibt auch günstigere, aber es ist halt, ja, je nachdem, was man will. Und ja, das sind im Endeffekt genau die Dinge, die man berücksichtigen muss und dann kannst du halt auch sagen, okay, ja, ich will da sieben Sitzplätze vielleicht drin haben, aber das Geld reicht jetzt halt erstmal nur für drei und dann kaufe ich halt die zweite Reihe irgendwann hinterher und bis dahin schmeiße ich halt irgendwie einen Sitzsack da rein. So auf die Art, man muss irgendwo immer gucken, wie man es sinnvoll aufteilt und wie man das Ganze auch in einer zeitlichen Schiene gut unterbringt und dann ist es meistens möglich mit einem relativ geringen Budget ein fertiges Heimkino zu bekommen, was man gut nutzen kann, wo man viel Spaß damit hat und wo dann das Potenzial für weitere Aufrüstung im Laufe der Jahre einfach gegeben ist, ohne das Ganze wieder komplett auseinanderreißen und von vorne anfangen zu müssen. Wie bringst du die Leute dazu, das irgendwie zu planen? Also die rufen jetzt bald die an und sagen, ey, ich hätte drin ein Heimkino, ich habe von dir gehört. Du meinst, wie ich sie davon überzeuge, dass sie es alles planen sollten? Ja, genau. Statt das einfach machen zu lassen? Ja, genau. Ich rede halt mit denen. So einfach geht das. Ich muss die eigentlich nicht dazu bringen, weil sie wollen es eigentlich von sich aus. Ja, weil das eigentlich irgendwann jeder verstanden hat, dass es für ihn die bessere Idee ist, es wirklich selbst entwickelt zu haben, weil du einfach ganz anders mit dem Ergebnis dann umgehst und das ist eine ganz andere Wertschätzung am Ende, als wenn du das einfach nur, hier, ich habe 100.000 Euro, mach das bitte alles für mich einfach. Ja, dann hast du zwar auch ein cooles Heimkino am Ende, aber es ist halt nicht so das echte Hobby für dich. Ich vergleiche das immer gerne, komm, Autoanalogie, lass uns noch eine Autoanalogie machen, ich vergleiche das immer gerne mit einem Oldtimer. Ja, der steht irgendwo in der Garage hier, so wie bei Gran Torino oder auch so über Film, da steht dieser alte Oldtimer in der Garage und du kannst den mit verbundenen Augen komplett auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, weil du es schon zigmal gemacht hast, du pflegst dieses alte Auto einfach, weil es einfach dein absolutes Lieblingsstück ist und du kannst auch nicht mehr irgendwo in eine Werkstatt gehen und sagen, ja, ich brauche mal einen Ersatzteil, sondern du musst dann irgendwie selber gucken, wie du dir das vom Schrottplatz irgendwo noch zusammensuchst oder sowas. Ja, und genauso ist es mit einem Heimkino, wenn du selbst gebaut hast. Du kennst jede Schraube, du weißt ganz genau, welchen Stecker du ziehen musst, wenn irgendwas nicht funktioniert. Du weißt ganz genau, wenn der Beamer am Sonntagabend, wenn du drei Gäste da hast und der Beamer zeigt kein Bild an, weißt du ganz genau, wo du anpacken musst, entworfen hast, weil du dich selbst damit beschäftigt hast. Und das ist der wesentliche Unterschied und deswegen, so ziemlich jeder, der sich bei mir meldet, ist eigentlich schon drauf und dran selbst zu planen. Er weiß nur noch nicht, wie. Er weiß nicht, welches Tool er einsetzen soll. Er weiß nicht, wie das mit 3D-Software richtig geht, ob er es überhaupt braucht oder ob es eine gute Idee ist, das vielleicht doch nur von Hand zu planen. Das sind alle solche Sachen und dann eben so diese ganzen Unsicherheiten. Wie mache ich das wirklich richtig? Nehme ich den Raum wirklich so rum oder drehe ich das Ganze? Da ist man sich oft unschlüssig. Aber da habt ihr jetzt so einen coolen Videokurs, was ihr gerade rausgebracht habt, mit einer Sweet Home 3D-Planung. Genau. Ja, das ist jetzt einer von unseren Videokursen. Wir haben schon einige in dem Bereich. Thema Lautsprecheraufstellung, Thema Raumakustik, also das, was eigentlich so die großen Fragen sind, die die meisten immer wieder haben. Ich orientiere mich dabei den Kursen natürlich an dem, was am häufigsten gefragt wird, logischerweise. Thema Bass ist auch ein Riesending. REW-Messung, ja, unheimlich umfangreiches Thema, aber halt viele wollen es halt einfach selbst zumindest mal probiert haben. Man muss ja dann nicht zum Profi werden, aber zumindest mal wissen, was da eigentlich passiert und was man da tut. Und wenn man dann halt doch nicht die Nerven dafür hat, dann kommst du dann ins Spiel. Genau. Und machst das dann für die Leute. Ja, das ist ja auch keine Seltenheit, dass das mal passiert. das sind so die wichtigsten da in dem Bereich gewesen. Und jetzt haben wir ganz neu gerade veröffentlicht, eben Heimkino-Planung mit Sweet Home 3D. Sweet Home 3D ist einfach eine kostenlose Raumplanungssoftware, die man nutzen kann, um ein Heimkino zu planen. Es ist nicht dafür gemacht, muss man ganz klar sagen. Aber wenn man so ein bisschen die kleinen Tricks und Kniffe von der Software irgendwann kennt und weiß, wie man damit am besten arbeitet, dann kann man damit aus meiner Sicht komplett in Eigenleistung ein Heimkino planen ohne Probleme. Es ist kein Profi-CAD-Programm, aber dafür ist es halt einfach zu bedienen und jeder kann da mit einer ganz flachen Lernkurve ganz schnell einsteigen. Ja. Ja, nochmal auf das Thema REW zurückzukommen. Es gibt natürlich auch ganz oft hier Anrufe. Ich habe jetzt mal ein ganzes Jahr mich mit der Software beschäftigt und habe mich da eingelesen und irgendwie komme ich trotzdem nicht klar und ich bin trotzdem nicht mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, du kannst vieles vermitteln, keine Frage, aber es spielt da natürlich auch ganz viel Erfahrung eine Rolle, wenn du verschiedene Räume gesehen hast und gemessen hast, wo du darauf achten musst oder genau. Das wollte ich nur noch kurz mit ein. Das ist im Endeffekt ein schwieriges Thema, da wirst du bestimmt auch noch hier eine oder andere Folge machen, weil das einfach unheimlich umfangreich ist. Es sind ja so irgendwo so die letzten 20 Prozent von einem Heimkino, kann man ja fast schon sagen. Also nicht nur vom Klang, was man am Ende noch ausholt, sondern auch von dem ganzen Wissen, was man dabei irgendwo anhäufen kann oder auch braucht unter Umständen. Und viele steigen da halt ein, weil sie irgendwo so mit ihrem Audisee halt nicht mehr zufrieden sind. Ja, was halt, ja, es ist halt, Automatik liefert halt manchmal gute Ergebnisse, manchmal nicht so gute Ergebnisse und dann will man halt irgendwo weiterkommen. Und klar, es ist auch da legitim, das erstmal selbst verstehen zu wollen und das ist ja auch ein Riesenvorteil. und wenn man dann aber irgendwann sagt, ja okay, ich habe jetzt im Prinzip den Einstieg gefunden, ich kann jetzt auch selbst messen, ich werde auch einigermaßen schlau aus dem Messergebnis, aber was ich dann tun muss, ist halt doch nicht mehr so ganz klar. Spätestens dann ist ja wirklich wieder der Profi gefragt und für dich ist es halt irgendwie, das sind halt ein paar Handgriffe. Klar, dauert immer noch ein paar Stunden, aber ja, es ist halt trotzdem am Ende des Ergebnisses einfach ein ganz anderes und man spart sich halt wochenlanges Umprobieren und für diejenigen, für die halt Zeit ein Thema ist, hat ja nie... Was halt das Schöne ist, du kannst auch, sage ich mal, die Ergebnisse kontrollieren, ob jetzt die Planung sauber war oder ob das so zielführend war, was man da eigentlich sich überlegt hat. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund auch dabei. Nicht nur das Einstellen, das Einstellen kommt am Schluss ja immer, also das ist ja in jedem Heimgehen, egal wie gut es geplant ist, aber einfach nur, um die Zwischenschritte auch vielleicht zu kontrollieren. Und wenn du da schon die Möglichkeit hast, auch vielleicht als Einschätzung für mich, dass jemand sagt, guck mal, ich habe hier eine Messung gemacht, so und so habe ich es aufgebaut, guck mal, ob das Ergebnis passen könnte oder was muss ich machen, dass es noch besser wird. Das ist ja dann auch schon mal eine Unterstützung für den Profi. Das muss jetzt nicht bei mir sein, aber grundsätzlich mal. Von dem her ist es nie ein Fehler, sich damit schon ein bisschen zu beschäftigen. Genau. Und vor allem auch, um das besser zu verstehen, was der Profi da tut, wenn er dann am Werk ist. Genau. Bei mir ist es so, ich tue ja grundsätzlich immer erklären, was ich mache. Die meisten Kunden steigen dann aus, weil es ihnen zu hoch ist, aber ich bin da immer komplett transparent und zeige jeden Schritt, was ich da mache und warum. Das Warum ist eigentlich das Wichtige. Das wie, weißt du, das eine ist die Software zu bedienen und das andere ist verstehen, was man macht. Das sind zwei Riesenunterschiede. Aber das ist genau der Punkt, was ich meine. Das ist, wenn du da schon ein bisschen Vorerfahrung hast und auch schon mal erste Versuche selbst gemacht hast, dann verstehst du ja wiederum auch viel besser, was du dann erklärst. Genau, richtig. Und dadurch kommst du halt einfach viel besser in das Thema rein und hast da am Ende auch wieder den Durchblick, okay, wir haben das jetzt so und so gemacht, weil und früher oder später hast du ja immer den Punkt, wo du technische Komponenten austauschst, wo du vielleicht doch noch mal was in der Raumakustik veränderst, wo du doch noch mal irgendwie Sitzplätze ein bisschen veränderst, dann sei es nur ein neues Sofa, wo du dann halt irgendwie ein paar Zentimeter weiter vorne sitzt und dann fängst du ja wieder an. Und da ist es halt oft eine gute Idee, einfach das Grundverständnis zu haben, ah, okay, da müssen wir jetzt noch mal ran an die Sache, weil sich das und das dadurch verändert hat. Ja, wir haben vorher schon gesagt, wie lange so ein Projekt dauert, das ist ja ganz unterschiedlich, also vor dem Monat hast du, glaube ich, gesagt, in der Planung, Monat in der Umsetzung bis zu ein Jahr in der Planung, ein Jahr in der Umsetzung oder noch länger. Also von zwei Monaten bis zwei Jahre ist eigentlich alles drin oder in seltenen Fällen auch mal mehr. Es hängt letztendlich immer davon ab, wie viel Zeit jemand hat. und daraus ergibt sich, wie schnell er durch sowas durchkommt. Manche lassen sich halt wirklich ein Jahr Zeit für die Planung und ein Jahr für die Umsetzung, weil sie es einfach überhaupt nicht eilig haben. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, aber nein. Und andere sind da einfach so schnell bei der Sache, die wollen das innerhalb von zwei Monaten erledigt haben. Die kommen im November zu mir und wollen halt Weihnachten Filme gucken. Habt ihr da auch Wartezeiten oder wie läuft das denn ab? Also wenn jetzt einer ganz eilig da unterwegs ist, der ruft bei euch an und sagt, hey, aber in zwei Monaten muss das Ding stehen, weil da hat meine Tochter Geburtstag und da muss das Heimkino einfach fertig sein. Ja, dann lasst uns loslegen. Nee, wir haben keine Wartezeiten in dem Sinne, weil das Angebot halt nicht irgendwie davon abhängig ist, dass ich mich da jetzt eine Woche lang hinsetzen kann und die Planung machen kann, sondern das läuft halt im Prinzip so peu a peu. Ja, wir beginnen dann immer mit einem Beratungstermin meistens erstmal, also so ein Kick-off-Termin, wo wir erstmal so die wesentlichen Sachen durchgehen. Das sind auch immer 1 zu 1 Beratungstermine dann in dem Fall. Das macht da keinen Sinn irgendwie mit anderen irgendwie so wie so einen Kurs oder sowas zu machen. und das geht immer ganz individuell komplett ab und da können wir im Prinzip zu jeder Zeit durchstarten. Sobald alle Sachen geklärt sind, dass das Projekt wirklich losgehen kann, können wir direkt durchstarten. Das ist gar kein Problem. Das Einzige ist natürlich klar, es gibt irgendwo eine gewisse maximale Anzahl von Kunden, die wir gleichzeitig bedienen können. Weil irgendwann ist halt der Terminkalender einfach voll und wenn dann da jeder auf den nächsten Termin warten müsste, das wäre halt auch nicht so schön. kommt aber in der Regel nicht vor, weil da würden wir dann auch vorher einen Riegel vorschieben. Ich kann einfach sagen, für diesen Monat reicht es mal. Okay, dann sind wir soweit durch, würde ich sagen. Die Links zu deiner Seite und auch zu eurer Facebook-Gruppe würde ich dann mal in die Shownotes packen beziehungsweise in die YouTube-Beschreibung. Kannst du gerne machen, wobei heimkinopraxis.de ist jetzt nicht so schwer zu finden. Aber ich werde es reinschreiben und die meisten kennen euch ja auch schon und es gibt auch von eurer Seite aus einen Podcast. Jetzt gibt es schon zwei Podcasts im deutschsprachigen Raum und wir sind beide mit dabei. Das ist ja unfassbar. Das muss irgendwelche Verbindungen da geben im Hintergrund. Ganz komisch. Ich weiß auch nicht, also ganz komisch. Genau. Naja, auf jeden Fall Es gibt sowieso viel zu wenig Heimkino-Podcasts, muss man ganz klar sagen. Stimmt, ja. Filmpodcasts ohne Ende, aber Heimkino, Was wir jetzt noch brauchen ist der Lautsprecher-Selbstbau-Podcast. Ganz wichtig. Oh nein. Nicht. Okay. Ja, folgt uns doch und abonniert unseren Kanal. Also sei es denn der Podcast, den findet ihr auf Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, Amazon Music oder halt hier auf YouTube. Gibt es ja auch diesen Video-Podcast, den ihr vielleicht auch gerade anschaut. Und ihr findet uns auch unter Heimkino-Konzept auf Facebook ganz neu. Da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen und uns beitreten. Da würden wir uns freuen, weil die Gruppe ist jetzt noch nicht ganz so groß. Sie ist, wie gesagt, ganz neu. Ist auch so ein bisschen versteckt, dass nicht jeder reinkommt. Wir gucken natürlich auch uns die Leute an, wer da reinkommt. Genau. Wenn ihr Fragen oder Tadel, Lob zu der Folge habt, könnt ihr uns das gerne entweder in die Videokommentare schreiben oder eben an podcast at heimkinokonzept.de und dann würden wir sagen, wir bedanken uns bei euch für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit. Danke dir, Bert, für diesen Gastauftritt. Danke für die Einladung, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Und was wir in der nächsten Folge machen, kann ich noch gar nicht sagen. Da wird wahrscheinlich der Fabio wieder kommen mit einer kleinen Überraschung. Das haben wir ja schon angekündigt. Mit mehr Autoanalogien. Oh, noch mehr. Das wird den Leuten bald zum Hals raushängen. Ich komme jede Woche mit Autoanalogien. Kann man nie genug haben. Dann mach einfach Flugzeuganalogien, funktioniert auch. Alles klar. Na gut. Also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Das war Heimkino-Konzept. Dem Podcast rund um die Themen Heimkino, Akustik von der Planung bis zur Umsetzung und alles, was die Entertainment-Welt derzeit bewegt. Für weitere Infos schaut euch auf unserer Homepage www.heimkinokonzept.de um. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.